Ja, in gewissen Abständen versuche ich ja eine ultrakurz Zusammenfassung der gesamten Erkenntnisse von Weltrat und NextScientistsForFuture.de und nur drei Vorbemerkungen. Die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, die wir vorschlagen, sind die einzige sinnvolle Form von Bürgerräten, Bürgerparlamenten, Bürgerversammlungen und so weiter, weil es sich um repräsentative Wählerstichproben handelt, deren Wahlentscheidungen als gültige Wahl verwendet werden können. Und weil die zeitliche Belastung für die Bürger bedeutet, alle zehn Jahre drei Stunden Zeitaufwand mit aller Unterstützung des Staates, der das möglich macht. Und dadurch ist das realistisch sozusagen und realisierbar. Vor allem ist es so auch möglich, anstatt ständig große Volksentscheide durchzuführen mit riesen Aufwand, kann man immer mit diesen Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden mit 500 Bürgern, circa Bürgerhausgröße sozusagen, Bürgerhaus- oder Onlinegröße, je nachdem, was da möglich ist, kann man dann also Volksentscheide immer auch zwischendurch einschieben und kriegt dann sehr gute Ergebnisse, die nicht ganz identisch sind mit großen Volksentscheiden, aber fast identisch sind. Und man kann ja dann so vorgehen, dass man sagt, wenn die Ergebnisse knapp sind, dann kann man das Ergebnis nicht werten, aber wenn sie eindeutig sind, dann ist zu erwarten, dass auch in den großen Volksentscheiden kein anderes Ergebnis herauskommen würde. Und dann kann man sie sehr gut als gültig erachten. Ja, und dann in Playlist Nummer 6, denken Sie dran, der aus unserer Sicht beste Sender des Fernsehens überhaupt, heißt ja News und Talks für, bitte nach dem schwarzen Stern richten. Dort, das ist ein reiner Playlist-Sender, in Playlist 6 ist also eine Talkrunde vom letzten Mittwoch, wo wirklich alles Mögliche gestreift wird, Gedankengut der Spitzenprofessoren der Welt, soweit sie sich nicht im Weltrat befinden und auch ganz kontroverses Denken kann inspirierend sein für jeden, der sich ernsthaft über die Zukunft der Welt Gedanken macht. So, und jetzt geht's los mit dem heutigen Versuch, das ganz kurz nochmal zusammenzufassen, wie immer. Also World Council of Wise People ist klar, dann hier, dass erstens als Wahrheit dürfte feststehen und alles andere ist Irrtum und Illusion und Märchen und Mythen und Sagen, die also nichts mit Wahrheit zu tun haben, einfach unrealistisch sind. Realistisch dürfte sein, dass vor 13,8 Milliarden Jahren unser Universum entstand, vor circa 10 Milliarden unsere Galaxien, vor circa 5 Milliarden unsere Sonnensysteme und so weiter. Und dann ging das immer so weiter, vor etwa 3 bis 4 Milliarden Jahren die Evolution Richtung DNS, also des Lebendigen, sich reproduzieren können, der Moleküle. Und dann vor 65 Millionen Jahren sozusagen das Sterben der Dinosaurier und das Platzschaffen für die Evolution der Säugetiere sozusagen. Und diese kleinen, mausgroßen oder ähnliche oder rattengroßen Säugetiere evaluierten sich auch Richtung die Bäume. Auf die Bäume hinauf entwickelten sich in die, evoluierten sich in Richtung affenähnliche, menschenähnliches Aussehen und so weiter. Und vor 13,8 Millionen Jahren dann die Evolution hin in Richtung aufrechter Gang und solche Dinge. Also immer mehr Menschwerdung, könnte man sagen. Und vor 4 Millionen Jahren etwa spätestens ein völlig neues Sozialsystem, Verlust der großen Eckszene, also der Symbole für Rivalenkampf, also eifersuchtsfreies Gruppenleben, liebevoll, kooperativ, pazifistisch, gewaltfrei sozusagen. Dann vor 2,5 Millionen Jahren die Erfindung der Technik und vor 2 Millionen Jahren noch einmal eine ziemlich weitgehende Angleichung der Körpergröße. Bei dem Rivalenkämpfer Gorilla sind ja die Männer doppelt so schwer und groß wie die Frauen. Und bei uns ging es auf fast 1 zu 1 runter, nicht ganz, aber fast. Das sind alles wieder Anzeichen für ein immer größeres Friedlichwerden auch der Männer untereinander. Also dann haben wir vielleicht vor 1,7 Millionen Jahren der Fellverlust und hier sind wir also im Bereich Homo erectus, wird das ja genannt. Und dann vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus die Erfindung von Tausch, der kurz darauf, wahrscheinlich kurz darauf die Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung und kurz darauf Fernhandel folgte, vor 300.000 Jahren bis spätestens vor 140.000 Jahren. Der eine Professor gibt es mit 300.000 Jahren, an der andere mit 140.000 Jahren. Der Professor Friedemann Schrenk spielt keine Rolle. Ja, und dadurch haben wir jetzt dann Evolution in Zerstörung unseres Lebens nach dem Motto Unglückliche Menschen, kranke Menschen kaufen mehr. Also Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung fingen an, nicht bewusst über den Weg der vorteilbringenden Irrtümer, Krankheit und Unglück zu produzieren. Denn kranke, unglückliche Menschen konsumieren einfach mehr medizinische Leistungen, mehr Suchtmittel und so weiter. Und das Schild zeige ich ganz kurz am besten schon mal. Moment, wo gehe ich hin? Ja, also das heißt, gehen wir hier hin, es entstand also ein starker antikooperativer Anteil, während vorher die Lebensweise vor 400.000 Jahren praktisch fast ausschließlich kooperative Anteile, die auf Wahrheiten fußen hatte, entstehen jetzt sozusagen zwei Wege, Geschäfte zu machen auf Kosten der Menschen, nämlich kriminelle Lügen, Betrug und so weiter und vorteilbringende Irrtümer, wo demjenigen nicht bewusst ist, dass er sich irrt und aber trotzdem damit Geschäfte macht. Und dieser antikooperative Anteil ist ins Unermessliche gestiegen und so naive Vertreter von Marktradikalismus und Neoliberalismus haben dafür überhaupt kein Gefühl, die haben überhaupt keine Kenntnis der Realität sozusagen. Und ich ganz kurz schildern, also hier haben wir den Frühhändler und Früharzt, der also in der Wahrheit lebt und der sagt, toll, dass ihr so liebevoll in euren Kommunen lebt und so kommunistisch lebt und alle so glücklich und gesund lebt. Und ich versorge euch auch nur, ich liefere euch nur völlig naturbelassene Dinge. Ich nehme euch ein bisschen Arbeit ab, aber die Nahrung ist genauso hochwertig wie das, was ihr auch in der Natur sonst bis jetzt gesammelt habt. Das ist alles sofort und total frisch angeliefert und im reinen Naturzustand. Ich mache auch keinen Ackerbau und Viehzucht und mache dadurch euch nicht krank und so weiter. Das ist ein wahrheitsorientierter Früharzt und Frühhändler. Und dann kommt der erste Früharzt und Frühhändler, der einen Irrtum im Kopf hat oder einen Betrug im Kopf hat. Das können Sie sich aussuchen, aber ich gehe davon aus, dass es nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion also zu dem ersten Irrtum kam, also zu den ersten parasitären Memenkillerviren, in das Geistes, besserer Name, vorteilbringenden Irrtum kam. Und der sah ungefähr so aus. Oh, ekelhaft, euer sexuelles Kommunenleben und dieses ewig lange Stillen ist ja alles ekelhaft, dieser Körperkontakt, das macht euch krank, ist ja schädlich, ist gefährlich, hört auf damit. Und außerdem, die wirklichen Krankheitsursachen sind nicht irgendwie künstliche Ernährung und all das. Nein, ihr könnt all diesen Müll, ihr könnt das alles, das künstliche Essen, das macht euch ja gar nicht krank. Nein, gar nicht. Krank machen euch nur so allmächtige Dinger, für die ihr zwar keine Sensorik habt, aber ich bin überzeugt, die sind total wichtig, diese Viren, Bakterien, Pilze und alle diese Mikroorganismen. Das sind die wahren Killer, das sind die einzigen, auf die ihr achten müsst und da verkaufe ich euch was. Da verkaufe ich euch Operationen, Tests, Bestrahlungen, Impfungen und was auch immer und Masken und so weiter verkaufe ich euch. Und ja, der mit diesem Irrtum, das ist ein Totalirrtum, der mit dem Irrtum kann hier zum Beispiel physisch drei Enkel ernähren, vier Urenkel und so weiter und wird der Vorfahre von Trostenbieler und Lauterbach und Aldi, Alnatura und Rewe und so weiter. Und dann findet er auch noch geistige Schüler, Lehrlinge sozusagen und dann wird das Ganze an der Universität gelehrt und dann gibt es ganz viele Schüler und so weiter und so wird er auch eben der Vorfahre von Trostenbieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi, Rewe und so weiter. Und glaubt seine vorteilbringenden Irrtümer, macht uns alle unglücklich und krank und profitiert davon. Und das ist das Wesen des bösartigen Raubtierkapitalismus. Das ist das Wesen des Marktradikalismus und des Neoliberalismus und der sozialen Marktwirtschaft. Da ist überall kein Unterschied. Die soziale Marktwirtschaft ist identisch mit dem bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus. Ja, so und wie kontert man so etwas? Man nimmt Steuerungselemente beziehungsweise Messgrößen wie zum Beispiel die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurven muss man, sollte man errechnen, wenn man es ganz ideal machen will und keine Angst vor Datenmissbrauch hat, weil wir dann Milliarden in den Datenschutz und in die Anonymisierung aller Daten stecken und so weiter. Also mit riesigen, also bisher ist die Situation so, dass die Datenkraken überall Daten abgreifen und auch missbrauchen zum Schaden der Bürger, mindestens zu dem Schaden, dass sie zu einem Überkonsum manipuliert werden, hinmanipuliert werden, der ihnen Schaden zufügt. Mindestens dieser Schaden ist sicher sozusagen. Eventuell wird auch mit den Daten bisher auch den Bürgern geschadet und mit den Daten Missbrauch betrieben und dagegen müssen wir natürlich schützen. Aber die Daten, die erhoben werden, werden also niemals gegen die Bürger eingesetzt, sondern nur noch dazu, dass die Bürger eine viel größere Chance haben, viel glücklicher zu leben, viel gesünder und viel länger und eventuell auch viel mehr Wohlstand zu bekommen. Wir sprechen ja von 700 Euro monatlich für jeden arbeitenden Menschen netto mehr Importmoney in Deutschland. In Österreich wären das dann, nee, auch in Österreich, in jedem, in Österreich oder Deutschland, ja. Ja, und dann haben wir, können wir noch die Kosten von Fehlzeiten reinrechnen. Wir können also die Ärzte noch dazu bringen, keine Gefälligkeitskrankschreibungen mehr zu machen über solche Messgrößen. Dann können wir da nachdenken, ob wir noch eine extra für den Bereich innere Sicherheit noch eine echte, noch eine zusätzliche Sicherheitsstimme, die sich minimal vielleicht dann von der Wohlfühlstimme entscheidet, noch einführen. Aber ich denke, die Wohlfühlstimme alleine reicht dafür alles aus. Wir brauchen da nicht noch die Sicherheitsstimme einzuführen. Und die Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie kann man diskutieren, braucht man nicht unbedingt. Aber die Steuer- und Abgabenleistung braucht man unbedingt, damit man die ganze erziehende Welt, also von Mutter über Kita bis hin zu Universitätsprofessorenabschluss und so weiter, da muss man die Steuer- und Abgabenleistung der Absolventen in Beziehung setzen und damit sozusagen die Lehrenden oder die pädagogischen Aspekte, die Lehrkräfte von Mutter bis Professor, die den Kindern bestmöglich geholfen haben, ihre Kreativität, Innovativität und so weiter zu entfalten, sodass dann auch die Unternehmen begeistert sind von solchen jungen Leuten und die dann denen hohe Gehalter bieten, um sie zu sich zu lockern. Und das braucht man, um dann eben das Bildungssystem entsprechend zu reformieren. Sodass man dann, also ich gehe nochmal zurück, also quasi dieses Profitmachen durch vorteilbringende Irrtümer, die die Menschen unglücklich und krank machen, das hört auf, wenn die positiven Anreize aufgrund der Messgrößen so gesetzt werden, dass dieser Früharzt und Frühhändler nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegt, wenn seine Kunden möglichst wenig krank werden und möglichst lange leben und möglichst gute Wohlfühlstimmen abgeben. Und alle anderen werden pleite gehen und werden dann eher hier aussterben, als diejenigen, die hartnäckig an ihren vorteilbringenden Irrtümern haften bleiben, die werden dann aussterben und irgendwann ihren Laden schließen müssen und übrig bleiben. Dann nur noch Menschen mit vorteilbringenden Wahrheiten, weil ja dann die Situation sich völlig umgedreht hat, die Gesellschaft vom Kopf auf die Füße gestellt wurde. Ja, und dann gucken wir mal hier, ja, einer der größten vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel mit dem die Sozialsparten, die NGOs und die Arbeitsämter unser aller Leben zerstören, ist der vorteilbringende Irrtum, alle Kinder seien potenzielle Genies, obwohl die Evolution bewiesenermaßen ein Ungleichheitserzeuger ist, der aktiv und ganz aktiv erzeugt die Evolution immer, Kinder mit größeren Gehirnen und kleineren Gehirnen, also leistungsfähigeren Gehirnen, dümmeren Gehirnen und so weiter. Und das ist leider in der Evolution unvermeidlich, da müssten wir jetzt ein anderes Universum uns wünschen. Und wir brauchen in dem Bereich viele Kinder und in dem Bereich so wenig wie möglich Kinder, sonst geht die ganze Kultur kaputt und stirbt aus, weil sie dann im Durchschnitt zu blöd wird für Innovationen. Also Politik, die die naturwissenschaftlichen Tatsachen verleugnet und den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten. Warum ist das vorteilbringend? Die Sozialsparten, je mehr Kinder es in diesem Bereich gibt, desto mehr Betreuungsfälle haben die Sozialsparten, die Arbeitsamtmitarbeiter. Und je mehr Not auf der Welt, je mehr Menschen in der Welt geboren werden in diesem Bereich, desto mehr können sich die NGOs bereichern an den Spendengeldern, weil sie sagen, komm, da hungern ja schon wieder Leute in der dritten Welt und so weiter. Und alles leidet und die Tiere leiden und die Menschen leiden. Und die NGOs haben also quasi eine Riesengewinnmöglichkeit, wenn sie durch vorteilbringende Irrtümer die Welt so manipulieren, dass sie weiterhin hier ihre Kinder bekommt und hier nach Möglichkeit keine, weil dann haben sie immer wieder einen Anlass zu Spenden aufzurufen. Da können sich die Geschäftsführer schön daran bereichern. Dann haben wir hier, ja, die Weltkarte. Südamerika würde natürlich bis hierhin noch reichen. Aber es könnte auch die Welt der Kommunen sein. Es könnte sein, dass wir vor 400.000 Jahren alle im urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus gelebt haben. Also jede Gruppe bis zu 120 Individuen und dass die Töchter dann abgewandert sind und sich dann eingeliebt haben in den Nachbarkommunen und dann vielleicht noch zu unserer Welt vielleicht noch ein Kreis außenrum von Kommunen gehörte. Und dass das unsere Welt war und alles andere uns ja eigentlich auch nicht interessiert, weil wir wahrscheinlich, der Nächste ist für uns ein ganz nah lebender, enger Mensch im engsten Umkreis und dass es uns wahrscheinlich nicht gelingen wird, dass die Leute hier, also die Person hier plötzlich motiviert sein wird, wirklich ernsthaft die ganze Welt zu retten. Das wird in Wirklichkeit niemanden ernsthaft interessieren, es sei denn, man ist moralisch so manipuliert, dass man sich dann aufopfert, um die Welt zu retten. Ja, da gibt es einige, die darauf reinfallen, auf solche vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher NGOs oder so. Aber weswegen wir ja der Meinung sind, dass jedes Spenden erbetteln strengstens verboten gehört. Wir müssen da andere Regelungen finden, wie Leute der Welt helfen dürfen, aber über den Staat und nicht über kapitalistische NGOs, wo es um persönliche Bereicherung von Einzelpersonen geht. Und ja, bitte hier unten rechts schneller drehen, wie immer, damit die Wunschgeschwindigkeit, Sie sollten alles in Ihrer Wunschgeschwindigkeit hören. Dann ist es viel angenehmer. Ja, und letztendlich sozusagen die Weltverbesserung sollte dadurch geschehen, dass die nextscientistsforfuture.de über Online- und Telefonkonferenzen die ganze Welt, jeden Staat der Erde und mehrere Staaten der Welt auf einmal zu reformieren, indem sie in den Ministerien in Form von Online-Konferenzen präsent sind und dort die Reformen anleiten. Und wenn dann jeder Staat der Erde gesund und glücklich ist, dann lösen wir auch alle Weltprobleme, kriegen dann auch problemlos sofort den weltweiten Emissionshandel hin und die weltweite Aufteilung der Meere und das Saubermachen der Weltmeere und des Luftmeeres sozusagen. Und dann müssen wir eben den Planeten so steuern, dass er uns noch möglichst lange Heimat ist, bevor dieses Universum dann kaputt geht und wir dann definitiv eine andere Heimat brauchen. Also eigentlich brauchen wir irgendwann auch eine neue Sonne, denn die Sonne dürfte ja auch schon lange vor dem Ende des Universums kaputt gehen. Gut, aber das sind dann alles vielleicht sogar lösbare Aufgaben. Ja, und dann müssen wir wegkommen von der völlig irrigen Vorstellung des Hasses auf die Milliardärskönige, Unternehmerkönige, Politikkönige, Journalistenkönige. Wir müssen diese lieben lernen und mit ihnen gemeinsam das kranke System, unter dem wir alle leiden, also dieses System zerstört, genauso macht das Leben von Unternehmern genauso unglücklich und krank, wie das Leben des Arbeitslosen. Dieser bösartige Raubtierkapitalismus macht unser aller Leben kaputt und wir müssen gemeinsam friedlich, sanft und behutsam das Problem lösen und das können eben nur die NextScientistsforFuture.de. Niemand sonst kann das. So, hier NGOs, die Frage, die sich ja auch stellt, ist Fridays for Future, geht es da auch nur um eine Spendenabzockeorganisation? Erklärt sich daraus, dass Extinction Rebellion und Fridays for Future niemals ein wirkliches Interesse am Klimaschutz hatten, quasi nach dem Motto, ich kann ja mehr Spenden aus den Leuten rausholen, solange es mit dem Klima immer schlimmer wird. Ja, so das nichtbewusste Interesse aller Beteiligten an der Zerstörung des Erdklimas und Professor Hans-Werner Sinn hat das ja letztendlich bestätigt, weil er letztendlich angedeutet hatte, dass es ja sein kann, dass das Wirken all dieser NGOs dazu geführt hat, dass mehr CO2 verbrannt wird, zwar jetzt durch Corona etwas gemäßigt, aber wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich jetzt noch mal ein drastischer Anstieg des CO2-Ausstoßes zu verzeichnen gewesen, weil diese NGOs den fossilen Branchen Panik und Angst machen, dass es bald zu Ende sein könnte mit dem Geschäft und deswegen muss man noch schnell möglichst viel verkaufen, dass dann möglichst schnell auch verbrannt wird, sodass dadurch das Klima massiv weiter beschädigt wird. Paradoxe Effekte solcher NGOs. Und ja, das können wir mal überspringen, das hatten wir. Ja, und dann hier die letzten 13,8 Millionen Jahre, das Gehirnmaximum vor angeblich 40.000 Jahren etwa 1,5 Liter. Die Kurve flacht aber hier schon ab und dann jetzt durch den Einfluss, dieser lebenszerstörenden Einfluss des bösartigen Raubtierkapitalismus, Gehirnschwund, schon 150 Milliliter degeneriert und weitere Degeneration steht an. Ein Schrecken ohne Ende steht an, es sei denn, man hört endlich auf die nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. So einfach ist das. Ja, und hier die wahrscheinlich verfügen die Linksradikalen und Rechtsradikalen über die kleinsten Gehirne. Und dann haben wir hier die vernünftigen, die bodenständigen Linke, die nextscientistsforfuture und hier haben wir dann die wenigen vernünftigen Leute im Bereich CDU und FDP, wobei, ja, die wenigen vernünftigen Leute und alles andere. Es lebt ausschließlich in Unwahrheitswelten, also bis hierhin lebt man ausschließlich in Unwahrheitswelten und ab hier auch wieder ausschließlich in Unwahrheitswelten. Nur hier spielt die Musik, ja, bodenständige Linke, nextscientistsforfuture, neue Mitte-Links-Partei in Kooperation mit CDU, eventuell den Grünen, obwohl da auch bei den Grünen ist auch vieles, ja, ich weiß nicht, hier oder hier mittlerweile, die Grünen, da weiß man gar nicht, was das noch ist, weder Fisch noch Fleisch. Ja, hier nochmal die Erinnerung, dass also die Evolution ein Prozess ist, wo, wie, denken Sie an so Dinge wie Zellteilung, wo also sozusagen, wer nicht eine Aussackung seiner selbst in die Zukunft hinterlässt, ist in kürzester Zeit ausgestorben wie die Dinosaurier. Und deswegen haben alle Organismen, Mechanismen in sich, die, ja, wohl auch die vorteilbringenden Irrtümer, ja, also, dass die vorteilbringenden Irrtümer immer letztendlich dazu führen, dass man mehr Futter bekommt und mehr Aussackungen seiner selbst in die Zukunft hinterlässt, Enkel, Urenkel und so weiter. Und dazu muss man einen Weg finden zu den bestmöglichen Eizellen und Spermienzellen in höchster genetischer Qualität. Und das ist eigentlich das Ganze der Menschen, also nichts anderes als ein ganz gewöhnlicher Bio-Roboter. Alles andere sind Irrtümer, Märchen und Mythen und Sagen. Und dieser Bio-Roboter, der ist sehr flexibel, also das heißt, der kann sich sehr schnell irren, wenn es ein, und Irrtümer beibehalten, vorteilbringende Irrtümer beibehalten, wenn es einen Weg eröffnet hin zu den bestmöglichen Eizellen und Samenzellen oder Samenzellen und zu den größten Futtermengen, ja, und so einfach und primitiv ist der Mensch wie jedes andere Lebewesen eben auch. Ja, und diese Aussackung, also es ist der höchste Egoismus, wenn die Mutter das Kind stellt, weil es ist nichts anderes als eine Nabelschnur zwischen Brust, Warze und Mund, nämlich, dass die Mutter natürlich die Aussackung ihrer selbst in die Zukunft hinein füttert, denn dieses Baby beinhaltet etwa, was weiß ich, wahrscheinlich sind 98 Prozent aller Gene ungefähr, Schätzungen, ja, identisch zwischen Mutter und Kind, also sie füttert eigentlich sich selber, aber in der Zukunft, ihre Zukunft, sie füttert sich selbst in der Zukunft, ja, und genauso der Vater, der dieses Kind ernährt, oder die Mutter ernährt und die dann wieder über die Milch das Kind ernährt, der schenkende Vater in einer Kommune sozusagen, der ernährt auch eben, der ist auch wahrscheinlich zu 98 Prozent plus minus mit diesem Kind verwandt und für den ist es auch eine Aussackung seiner selbst in die Zukunft, denn die Tatsache, dass 50 Prozent aller Gene dieses Kindes von Mutter und 50 Prozent vom Vater stehen, relativiert sich, wenn man sich klar macht, dass schon die Gene zwischen die Gene von Vater und Mutter wahrscheinlich mindestens so etwa 95 Prozent identisch sind, sodass also das, was in den 50 Prozent von Vater gegeben wird und 50 Prozent von Mutter, dass davon der Großteil identisch ist und deswegen es keinen Unterschied macht. Also ich denke mir, dass die Verwandtschaft zwischen Vater und Baby vielleicht bei, ja, sagen wir 98 Prozent genetischer Identität liegt, unterschiedlich bei, wenn es sich um ein weibliches Kind handelt, ein bisschen weiter auseinander und ein männliches Kind natürlich eher bei 99 Prozent wahrscheinlich. Also es sind immer nur ein paar wenige frische Gene, die da Unterschiede ausmachen. Ja, und dann kann ich hier rüber gehen auf dieses Bild. Noch einmal hier, allen Rechten kann man widersprechen. Alle Rechten waren vor 100.000 Jahren auch noch Schwarzafrikaner. Die Urgroßeltern waren beide vor 100.000 Jahren alle noch Schwarzafrikaner, mindestens, spätestens vor 100.000 Jahren. Vielleicht waren sie auch vor 50.000 Jahren noch Schwarzafrikaner. Aber das musste man im Einzelfall untersuchen. Also insofern trifft eigentlich der Rassismus der Rechten sie selber. Denn sie selber sind eigentlich auch alle Schwarzafrikaner mit ein, zwei genetischen Änderungen in Richtung der Hautfarbe und so weiter. Und dann außerdem braucht jede Gruppe, ihre Gruppe braucht möglichst immer auch mal frische genetische Einflüsse. Also die, wenn die, die schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin oder Ärztin wirklich gerne bei uns arbeiten will, trotz der Gesundheitsrisiken, die daraus für sie erwachsen, dass sie nicht in der richtigen Region der Erde lebt, dann ist sie herzlich willkommen. Und wenn sie dann Kinder mit den schon länger da lebenden Männern hier hat, dann ist das eine genetische Befruchtung, frische neue Gene im Genpool. Das ist nur positiv. Also von wegen, liebe Rechte, eure Idee einer Reinrassigkeit ist völliger Wahnsinn, ist völliger unrealistisch. Die Wahrheit liegt im Gegenteil. Ja, und dann, ja, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und so weiter. Also die sechstgliedrige Demokratisierungs- und Machtbegrenzungskette, wie sie die Next Scientists for Future vorschlagen, ist also, dass man alle Vorschlagsalternativen in Gruppen zusammenfasst, in fünf Gruppen reduziert sozusagen, dann die Wählerinnen konsensieren lässt und bloß nicht als die Parteimitglieder konsensieren lässt, weil das keine repräsentative Wählerstichprobe ist und damit ein unbrauchbares Ergebnis ist grundsätzlich. Und die sechste Wahlalternative wäre immer der Kreis, wo man ein Kreuz machen kann, alles beim Alten zu belassen, zum Beispiel im Bereich, hier würde jetzt zum Beispiel Gesundheitsreform stehen. Ja, und vielleicht noch einmal abschließend der Gedanke, vielleicht hier noch mal ganz kurz, wo ist das jetzt hier? Der Kernsatz, also alles reformieren, muss darauf fußen, auf dem Satz, Gesellschaft kann nicht und niemals und nirgendwo funktionieren ohne starke positive Anreize. Wenn wir Gesellschaft mit Arbeitsteilung, Markt und Tauschhandel weiterhin haben wollen, müssen wir sofort endlich positive Anreize setzen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass der Arzt, der Lebensmittelhändler jedes Unternehmen wird nur dann belohnt, wenn es bewiesenermaßen aufgrund komplizierter statistischer Auswertungen, die aber jederzeit möglich sind, mehr Wohlfühlen, mehr Gesundheit und mehr Langlebigkeit und die Behörden auch mehr Wohlstand bei den Bürgern gefördert haben und dafür gibt es dann Verdienstzuschüsse und alles andere kann gerne pleite gehen. Ja, und das war es dann wohl mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, diesem offenen Brief an die Basis, an wir2020.de und so weiter. Ich hoffe, dass es bald zu den nächsten Sendungen kommt, den ersten Sendungen mit die Basis Deutschland. Tschüssi, bis bald.